Alter, 140er Handschuhe, Mann, die Böse. Die Ladung ist gesichert. Abholung abgeschossen. Das war 240er Grünen. Ich hab 324er Watt bekommen. Ich will das mal mit dem Abschneiden ausprobieren. Das ist ein Einzelner. Vielleicht hört der ja die Ding. Ja schon. Soll ich da ein bisschen runter gehen? Nein, warte, warte. Ich will es auch ausprobieren. Ich scheiß jetzt drauf. Okay, ich gucke, ob der sich was holt. Da ist noch einer gewesen. Es ist mir wurscht, wenn es 4 sind. Ich will das jetzt haben. Es sind glaube ich sogar 4. Da kloppt da voll sich Zeug rum. Also, wir machen es so wie richtige Gangster. Derjenige, der es abschneidet, dann ist jeder für sich und jeder haut ab. So schaust du nicht aus. Wir können auch unsere Waffen dann rausholen und schießen. Und töten, scheiß drauf. Sprengen in die rein, Alter, und alle über den Haufen schießen. Und dann da drüben ab in den Untergrund. Ja, Mann, so schaust du nicht aus. Aber die sind glaube ich weiter. Die haben die Lunte gerochen. Da geht dir voll die Düse, Alter, geht der da jetzt. Ja, übel. Du kannst in der Dark Zone, da kannst du diese Seile abschneiden, wo das Zeug dranhängt, weißt du jetzt. Ja, und da wirst du abtrünnen und hast das Zeug von denen geklaut. Aber das ist trotzdem verlöslich. Schau mal, Richtung runterwärts, oder? Das ist zu heftig, wenn wir noch weiter nach oben gehen, glaube ich. Irgendwann, Alter, ich hab vier Snipes auf 204 bekommen, Alter. In der ersten Zeit. Hier ist das Hauptzeichen zerstört. Ja. Geh mal recht da, das ist noch ein 33er Bereich. Also schon hier richtig, oder? Ja. Ja, hier hinter einfach. Einer fehlt noch. Ja, wenn wir mal irgendwann sehen, können wir einen einladen. Ja, voll ist das Muni? Nein. Ne, du musst irgendwann nach rechts kommen. Das geht. Ja, das geht. Ich hör doch da ein Heli. Ah, nutzt du ja. Ja. Ja, der Heli, den hör ich ja auch. Das ist bestimmt irgendwo in einem anderen Bereich, vor dem man das Ding angefordert. Das soll jetzt in der Nähe sein. Ich will das Ding klauen. Und zwar am besten... Vorne haben welche eins abgeschnitten. Ja, und dann sind die abgängig geworden. Drei Stück. Dann hab ich ja gesagt, komm, geh mal hin. Und dann sind wir jetzt hin und haben alle drei zerlegt. Und haben denen ihr Zeug dann geklaut, was die mal sie geklaut haben. Mhm. Das war richtig schön gut, Alter. Das war super nice, sogar. Wie ist das? Ja, die grüne Commandmaske, sehr geil. Ach, das Fahrzeichen ist ja geklaut. Geh nicht so weit vor. Nein, das weiß nicht. Der Typ, ey. Gerne. 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 Heißt, ne? Ja. Wir sollten vielleicht ein bisschen Rückzug antreten. Okay. Ach, das tut schon. Ja, bei mir schon, aber... Oh, oh. Das ist hier. Aber... Der Shortfuse ist noch da. Sehr viel, voll der Arbeit, wenn ich auch... So. Der Shortfuse ist da. Aber wir machen schon mehr so hier. Was ist da drin? Ein Polster. Also Crap. Bei der Die gedeckt wie sehr alt, Bro. Da onesli. Unsere Donutsch. Kredite sind nur noch nicht wert. Nö. ich gebe dir so gut für nichts aus, irgendwann kann ich mir mal eins von dem kaufen von was gutem doch dieser Typ das ist ja nicht, vielleicht sammelt der noch ein bisschen vielleicht hat der nach der Kiste geguckt vielleicht das nächste Mal kriegt es wieder da vorne mhm, das Skycasses Boardstore jetzt machst du das da ist ein Einzelnamen, wer ist denn das? ich habe auch nicht, dass ich bin für Einzelnen warte mal, stinkt oder jege? 82 oh, da rennt er hin, na gut markiert habt ihr hier die schon, glaube ich, gell? was markiert? der Einzelne, der da draußen noch ist so oh, da ist ein Dicker ja, das ist der Endpuster, glaube ich ja, Mann der Zerke mhm hey oh oh wie heißt die von hinten? oh, der Zerke läuft auf mich zu oh 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 der hat hier die Super da eingesetzt ja, du, äh ich weil du schon Daumen hast, der andere Typ hier auch ah, das Leben geht hier auch zu arbeiten aber war schon gut ich bin raus, deckt mich ich bin raus, deckt mich mit Nomaden auf zwei Kriff ich bin gerade aufgenommen ich bin ziemlich verkack-eiern, was ist denn mit diesem scheiß Nomaden los? oh alter der Typ hat es fallen lassen das Lilane Zeug welcher Typ? hier ist ein Lilane von einem normalen Typen versiegelter Behälter in Lila man kann die auch wieder mitnehmen, so gesehen oh weißt du, wie ich mein, das Lilane Zeug was droppt musst du aufpassen, ob es versiegelte Behälter sind ach so scheiße man alter tatsächlich ich auch nicht das kann jeder droppen lassen wahrscheinlich war der schon ewig voll deswegen hat der so rumgetan äh, ok das sei doch total sinnlos jetzt ja, kann man machen ich hätte doch vorher machen sollen wo du und er fast tot waren ja, muss man aber nicht sollst grad sagen, so ah, das ist gut zu wissen geh mal gleich zum Abgabeort wegen mir wenn ihr wollt ist nämlich direkt hier dann klicken wir auch nicht gegenüber nee, warte, lass uns erstmal ist das nicht hier? wo ist das? die Straßensperre der kontaminierte Bereich hä? mei, was weiß er schon wieder nicht eine 686 Anforderung hier unten, hier hinten ist ja, ja, ja was'n? der kontaminierte Bereich und von daraus kommen wir dann zum Abgabeort das ist beides hier in der Straße eigentlich ach so wie sie kriege ich die ganze Zeit was vom Nomadenalter und so weiter geht ob ich das Nomadenfall zusammen das macht denn der Typ der Eiernacken also der Fragos der eigentlich gar nicht Fragos heißt ey Fragos weil das heißt ja auch dass du die 240er bekommst wie das ist Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet gibt's hier ne Kiste? ähm, glaube ich ist links hier dann also hier links in den in die Sackkiste rein ähhh äh Hier ist irgendwas anderes nichts okay doch warte hier sogar eine Kiste so eine Kakarilla-Kiste statt Guerilla-Handschuhe auf Stufe 147 naja, was ich was wäre Die geben voll viel Geld, die Dinger, und äh, was war das noch? Phoenix Points? Division Tags. Ah, Division Tags, okay. Die sind aber auch nicht schlecht. Hab mir noch nie aber was für Division Tags gebaut. Ja, ich die M44 und die M1 und die Piston, die ich hatte davor mal. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Und... Oh oh. Die MK40. Die müssen sich immer den Lina einen Crap untersuchen. Mhm. Hier oben ist ein Abgabort, geh mal da hoch, würde ich sagen. Ja, Mann. Das ist aber voll dangerous. Wieso? Einfach so, ich finde dann halt von der Dinger. Wieso? Ja, ich hab nur noch die Lina geplattet. Und ich brauch wieder Munkitionen. Ich auch, wenn wir abgegeben haben, hier. Ich hab mir auch kaum was Lina angeschaut. Das ist ein bisschen blöd. Das müsste man leicht erkennen. Das muss ich selbst machen. Unter uns auf dem Dach ist keiner. Da ist eins. Versiegelter Behälter, schon der zweite innerhalb kürzester Zeit Als jemand das gemerkt hat, weißt du wie ich mein War am Anfang nicht drauf geguckt Da ist der nächste, der dritte schon Ich hab zwei Na alter, ich hab vor 5 Minuten gesagt Guck mal, das sind versiegelte Behälter, das liegen auch Wir hätten bestimmt schon hier Übrigst viele davon haben können Das ist cool mit den Dingern Wie wird's hier los? Ich weiß es nicht Ich check das mal hier Aha, nichts Jetzt verstecke ich mich gleich Aber ich warte wieder Haben die bei so, haben die bei dem, beim ähh Timer schon immer so diesen Sekunden Ton gehabt? Jaja Ich weiß es mir noch gar nicht aufgefallen Davor Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position Oha Ich fahre wieder mit Ich fahre wieder mit Ich fahre wieder mit Ich fahre wieder mit Dammit Gibt mir auch nichts anderes Egalen Paketabholung Mit Seil interagieren Dann steht es auch bei dir dran Geh mal ein bisschen weg von dem Ding Wenn es nicht bis mit dem 4 dran steht Dann steht dran mit Seil interagieren Mhm Das ist mir noch nie aufgefallen Bei einem Fremden also Da steht, ähh Da ist ein dickes Totenkopf in der Mitte Reicht ich den Kunden bis zum Abschluss der Abholung? Jaja Das muss doch auf Dreieck glaube ich abschneiden Nämlich auf 4 Das haben wir extra auf den anderen Knopf gelegt Mhm Wir können es jetzt an Wart holen Na schau mal Wenn du es bei 20 hier Du brauchst ca. 5 Sekunden zum hinhängen Du kannst es auch erst bei 15 hinhängen Mhm Oder wenn du was wirklich gutes hast Erst bei 7 oder so Dass es grad dran hängt und dann abhaut Dann kann der andere das doch gar nicht mehr abschneiden Oder? Ja so gut wie nicht Jungs 2 Behälter Das Paket ist sicher Abholung abgeschlossen Warte mein Dings ist fast voll 3 Behälter habe ich 11 von 30 habe ich noch drin Aber wir können gerne zur Straßensperre hier gehen Da können wir Muni auch tanken Oder hier zum Safehaus Ne da ist nicht so ein Ding Gehen wir in die Straßensperre Come on Finde ich dumm dass es nicht im Safehaus ist Irgendwie Mhm Wenn sie schon in die Straßensperre hin geprastelt haben Ja jetzt brummst er da runter Höhö Wurde mich eigentlich drehen Mit dem Hantelmann macht noch einander Und dann ist er runtergeprummst Entschuldig dass ich halt die Kaputte geschult Entschuldig dass ich halt die Kaputte geschult Vielen Dank.